Haben die Menschen damals gepennt? Hat denn keiner kommen sehen, was dann passierte? Wieso konnte der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg einen Verbrecher wie Hitler zum Reichskanzler ernennen? Der hatte doch schon zehn Jahre vorher in seinem Buch der Kampf seine menschenverachtende Weltanschauung klar dokumentiert. Gab es denn 1933 keinen Propheten, der aus dem Zeichen der Zeit die Folgen für die Zukunft herauslesen konnte? Diese Fragen stellen sich heute viele. Heute, am 30. Januar 1933, fand die sogenannte Machtergreifung Hitlers statt. Manche Historiker sagen, der Begriff sei unpräzise. Hitler habe sich die Macht gar nicht nur genommen, er habe sie vom damaligen politischen System auch bekommen. Und von den vielen blinden Menschen, die sich nicht für Politik interessierten. Wie auch immer, mich interessiert mehr die Gegenwart. Haben wir etwas aus dem 30. Januar 1933 gelernt? Kennen heute genügend Menschen die Parteiprogramme der rechten Parteien? Das Bundesamt für Verfassungsschutz kennt sie, vor allem das Programm der AfD, und hat deshalb 180 Reden von 50 Politikern der AfD untersucht. Ergebnis? Zitat des Bundesamtes für Verfassungsschutz. In den genannten Aussagen finden sich erste, tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass einige wenige, meist identische, aber gleichwohl herausgehobene Protagonisten der Partei, ein ethnisch-biologisch bzw. ethnisch-kulturell begründetes Volksverständnis propagieren, das gegen die Menschenwürde-Garantie des Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz verstößt. Zitat Ende. Also gegen die erste zentrale Aussage des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Darum finde ich es richtig, dass der Verfassungsschutz die AfD zum Prüfall erklärt hat und stärker unter die Lupe nimmt. Im Nachtgebet heute bete ich um Wachsamkeit und um den Mut, frühzeitig vor jeder Form von Unmenschlichkeit zu warnen. 22 Uhr, DOMRADIO.DE, Dein Weihbischof Ansgar.